Okay, und damit willkommen zurück! Und wir gehen raus aus der Taverde. So, ähm... Ach, da ist es mit dem Herzen. Dieser verfluchte Wagen bricht viel zu schnell auseinander. Hä? Okay. Es sind überall Herzen. Ich muss die Herzen sammeln. Die der hübschesten Frauen hier. So, ich muss jetzt hier einfach... Ah, ich habe das Lied nicht. Ich kann hier aber ein E-Mode zeigen. Tada! Ah, okay. So, Geschenk. Ah, okay. Ich kann hier einfach ihr ein Geschenk geben von meinen Sachen, die ich gesammelt habe. Okay, ähm... Super. Was das jetzt genau bringt, weiß ich nicht. Vielleicht können wir ja auch mal Kinder machen oder sowas. Hahaha! Äh, vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Ja, das... Werde ich wohl noch erfahren. Hier, ich werde dir helfen. Keine Ahnung mit was. Ich habe keine Lust zu lesen. Wow, was geht denn hier? Wihihi! Alles meine, alles meine. Woh! Was ist das? Wofür ist das? Körner, Reis! Körner, Reis! Körner, Reis! Ich hatte... Das war ein Kinderspiel. Am Anguemosberg wütet wohl eine Epidemie. Ah ja. Eine Epidemie. Verstehe ich schon. Was? Ich muss hier nicht erklären, was Begleiter sind, oder? Äh... Ich habe von ihnen gehört. Ja, das hast du eben schon erzählt. Interessiert keinen. Was? Umlernen... Quest. Hey, das sieht ja gut aus, so ein Bildschirm. Du bekommst einen Begleiter her. Laden. Mit E4. Aha. Oder durch Eventbelohnung. Ah. Wie kann ich meinen Begleiter beschleunigt wegschicken? Ja, ja, ja. Bla, bla, bla. Abschließen. Hey. Möchtest du diesen Begleiter hinzufügen? Jups. Was ist denn? Alt-L-E. Alt plus LW plus Start. Aha. Ist klar. Begleitermenü. Jo, da machen wir die blöden Hinweise weg. Was ist denn hier mein Begleitermenü? Da, Begleitermenü. Ne, das ist, äh, Beziehungsmenü. Äh, Amter, Ratgeber, Begleiter. Können die auch irgendwas? Funktionen. Ach so. White Bunny. Ja, Beirufen. Ich werde Begleiter. Ach, da ist er ja. Alter, na, was ist denn? Was willst du von mir noch? Ratgeber, besser gemeinsam. Mann, oh Mann. Ich kann nicht glauben, dass die Dämonen hier sind. Ich kann nicht glauben, dass die Dämonen hier sind. Mögen. Die Errettung, die Pride Home vor den Dämonen beschützt hat. Wie inspirierend. So. Das haben wir schon mal. Gehen wir mal zu unserer Holden Maid. Du hast mir das Kochbuch gebracht. Ja, hab ich. Bitte schön. Und jetzt? Keine Ahnung, was jetzt. Nichts. Okay. Was ist denn mit dem? Ah, ja, äh, irgendeinen Marken. Das ist doch normal. Hey, schon gehört, dass du unsere Rämonen aufgetaucht hast. Ja, ich muss in die Kathentrale, sagt das doch direkt einer. Sammlereier aus dem Mühnerstall. Was? Was ist denn mit dem Mühnerstall? Was? Was ist denn mit dem Mühnerstall? Was? Was ist denn mit dem Mühnerstall? Der Weg zum Mühnerstall? Der Weg zum Mühnerstall. Hier ist der Mühnerstall. Sammlereier. Wer kriegt die? Hä? Okay. Mühnerstall. 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 Das ist doch schnell. Mühnerstall. Schnell. Die Reparaturen sind fast abgeschlossen. Und? Gibt es Neuigkeiten? Hä? Isst den wunderbaren Omelette-Keks. Was ist denn für ein Omelette-Keks? Hä? Komplettreiß. RBL, was? Wie geht das denn? RBL? Was willst du von mir? Wie soll ich den denn essen? Hä? Kann ich mir noch sagen, wo der ist? Was ist denn RBL? Okay, das ist das. Das ist meine Tasche. Ich weiß nicht. Was RBL ist. Hallo. Die Reparaturen sind jetzt angeschlossen. Du hast mein Leben gerettet. Das ist doch unglaublich. Das ist ein RBL. Gucken wir mal. Grundlagensteuerung. Ich weiß nicht, was RBL ist. Rechte. Nee, ich habe keine Ahnung. Ich komme nicht drauf. Kurz mal Pause hier. Dann checke ich das aus. Okay, ich glaube ich habe es. Also Schultertaste und nach links. Ah. Sehr schick. Wie hat es geschmeckt? Es war großartig. Sehr lecker. Danke. Ich habe mein Bestes gegeben. Ja. Okay. Nur noch mit dem Platsch hier aufgehalten. Wir übergeben uns jetzt der Hauptquest in der Höhe. Es wird mir hier zu lang. Ne, das hatten wir ja schon, ne? Hier steht, um die Arche von König Lutera zu finden, braucht man das Siegel des Schwertes und des Adlers. Das Siegel des Schwertes befindet sich unter der Salzwüste von Judia, im Königreich von Morai. Aber um nach Judia zu gelangen, muss man die schroffen Berge von Ankumo überqueren. Ich werde für eure sichere Überfahrt auf dieser beschwerlichen Reise beten. Möge Regulus, der Herrscher aller Götter, über euch wachen. Über euch auch, Pater Varud. Karten. Zock, activated. Okay. Wo soll ich denn hin? Okay, ich muss raus. Ich muss erstmal gucken, wo ich hin muss. Wir müssen. Oh, geht auch so direkt. Perfekt. So. Gehen wir mal gucken. Du musst der Abenteurer sein von dem Paar. Sobald du den zerklüfteten Anguimusberg hinter dir gelassen hast, erreichst du die weiten, offenen Salzebenen. Abschließen. So. Werk des Singen des Windes. Okay, da oben. Ich muss mal hier diese Quest ausholen. Blüpp. Keine Gelüste daran. Andauernd hier. Das zu machen. Ah, ich werde attackiert. Hilfe. Alter, lass hier mich mal durch. Oh, was ist jetzt? Roter Quest. Irgendwas töten. Was denn? Besiege. Hä? Wo ist das Apolo hier? Ja. Ah, ich soll fünf Stück von denen killen. Bombofertigkeit. Ich gucke hier im richtigen Moment. Noch eine. Diese? Oder ist das egal? Stufenaufstieg. So. Will ich das sehen. Während eine Fettigkeit abklingt. Ernsthaft. Ich wollte doch nur skillen, Alter. Hä? Hä? Erfahrene Gift-Blauenräuber. Oha. Nein. Boah. Damn. 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 Alter. Hilfe. Ich kann nichts machen. Ich bin einfach zu schlecht. Oh. Ich habe mich besiegt. Alter. Jetzt bist du dran hier. Ja. Schlagen. 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 Okay. Das war nicht so effektiv. Äh. Wo müssen wir hin? Ah ja. Ganz woanders da. Das ist äh. Richtig gut. Ich habe nochmal sinnlos irgendwelche Mobs getötet. Alles klar. Äh. Gegenüber. Was? Was? Äh. Wenn du das Gebiet verlässt. Was soll ich machen? Überquere die Brücke auf einem Pferd. Welche Brücke? Die Brücke. Okay. Sehr schick. Schauen wir mal die Gegend hier unten an. Geht nach einer gefährlichen Gegend. Oh. Okay. Hier muss ich gar nicht hin. Lassen wir das erstmal. Und gehen. Dorthin wo wir hinwollen. Sei vorsichtig. Gehe zu Priesterin Garoah für eine sichere Reise. Die Pest. Die Pest. Welch schreckliche Pest. Nein. Die Pest ist wieder da. Er hat sich bloß in die Länder gebracht. Ich sehe mehr Mooswölfe als üblich. Traben. Was? Nütze die Fertigkeit traben um eine Lebensgeschwindigkeit für eine kurze Zeit zu steigern? Medizin. Gib mir Medizin. Es tut mir. Was soll denn? Was soll denn? Was soll denn damit? Die Pest verbreitet sich überall. Hä? Was soll ich denn damit? Ich will es kaputt machen oder was? Oder auf die Menschen drauf? Nee. Ich weiß halt nicht, was du jetzt von mir willst, mein Freund. Ich sehe mehr Mooswölfe als üblich. Ach da. Unten habe ich irgendwas. Lege ein Objekt ab. Ähm. L, B und H. H. Okay. Schelfet ihr, mein Freund. Bring es schon zu Ende. Es tut so weh. Du bist doch aus Pride Home, nicht wahr? Du bist der Abenteurer, von dem Pater Armel gesprochen hat. Ich platziere die Juwelen. Okay. Du bist der Abenteurer, von dem Pater Armel gesprochen hat. Sollst du diesen drei Stützpunkten, ja? Hier oben ist einer und da unten sind welche. Hallo, steigt mal. Aha. Oh, das sind Untote. Das sind bestimmt die mit der Pest befallenen Menschen. Oh mein Gott. Das muss der Fragezeichen wählen. Wir benötigen mehr Taleflane. Wir benötigen mehr Taleflane. Wut plus eins. Oh. Okay, so, das haben wir jetzt abgeschlossen. Dann kommen wir da rüber. Okay. Selbst Stammmhügel wäre besser. Oh, wie schrecklich. Es geht mir schon besser. Dank Pater Armel. Es ist weitaus schlimmer, als ich gedacht habe. Die Quellen in diesem Gebiet sind kontaminiert. Alter. 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 Ja, also nicht bei jedem. So, das ist abgeschlossen. Schleim und so eine Dönse. Da wir die Ausbreitung der Pest verhindert haben, sollte es hier sicher sein. Hey, schön. Dass es hier jetzt sicher ist. Das ist denn unser nächster Standpunkt. Äh. Ah, da oben eins. Gut, da begeben wir uns aber erst im nächsten Video hin, denn wir haben schon wieder unser Limit erreicht und Zeit. Und dann beende ich das Video hier mit und bis dahin, auf Wiedersehen.